Im 19. Jahrhundert fanden sehr grosse Wechsel statt in dem, was man wusste über die Erde. Zu Beginn dachten die Leute, es sei so, dass ein Urmeer alles ausgeschieden hat, was heute als Kneiss und Granit vorliegt, dass das aus einem Urmeer ausgeschieden wurde und dann überlagert wurde von jüngeren Sedimenten, die wir heute antreffen. Aber alles horizontal abgelagert und man machte dann Vergleiche links und rechts, wie man diese Schichten korrelieren konnte. Es ist da, dass es in der gleichen Zeit gab, wo ich eine Partie der Suisse und der Europäische und die Geologen haben versucht, um die Karten zu machen. Und das war das Grund, das waren die Karten. Dann gab es die Topografie an der Seite und die Geologen, die folgten, und die notierten alle Pläne, die sie sahen. Es gab dann aber Probleme, namentlich im Glarnerland. Das ist bekannt dafür, dass jetzt plötzlich gewisse Gesteine übereinander lagen, die man nicht richtig erklären konnte, weil es vulkanische Gesteine sind, die man sonst eigentlich in den älteren Gesteinen findet. Und da kam die Theorie auf, dass das eigentlich eine Metamorphose, eine Gesteinsumwandlung war. Die heißen Dämpfe, die aus der Tiefe aufgestiegen sind, haben diese Gesteine überprägt. Das war dann aber auch das Ende dieser Theorie. Nachher hat man gemerkt, man muss irgendetwas anders machen. Und dann gab es eine Zeit lang, da redet man von Plutonismus. Das heisst, da sind diese vulkanischen und granitischen Gesteine hochgestiegen aus der Erdkruste und haben die darüber liegenden, bereits abgelagerten Sedimente aufgestellt und beiseite geschoben. Und dann gab es aus diesem Grunde da so große Dome. Das war eine sogenannte Vertikaltektonik. Alles ist nach oben entwichen und hat beiseite geschoben. Dann kam der große Umbruch, dass man dann seitliche Einhängung, seitliches Zusammendrücken dafür verantwortlich machte, dass es auch horizontale Bewegungen gab. Und die Vertreter dort, die haben dann zum Beispiel riesengroße Falten angeschaut, die so überliegend sind. Und diese überliegenden Falten konnte man nur erklären, indem es eben horizontale Bewegungen gab. Und mit diesen überliegenden Falten konnte man nun plötzlich zeigen, dass eigentlich auf diesen ungestülpten Falten-Schenkeln jetzt die älteren Gesteine oben und die jüngeren Gesteine unten liegen. Und ein großer Verfechter von dem war der Albert Heim. Der Albert Heim, der war Professor an der ETH und er hat eigentlich dann versucht zu erklären, dass was er an der Windgelle gesehen hat, dort hatte es so eine große Falte, dass das auch im Glarnerland verantwortlich war. Aber er brauchte zwei Falten, die einander gegenüberschauten, um das zu erklären. Und das machte dann anderen Leuten wieder Kopfschmerzen. Heim hatte ein Typ sehr speziell, von mir, den Geologen, Alpain. Aufmerksam Bens changing, Profểu Lasch Bens Wach Bewoh Du ują Wach 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 Was Wis Wach Ich Er konnte nicht wirklich vorstellen, dass diese Formation so groß ist. Das ist deshalb, dass er versucht, diese Plie-Double zu inventieren. Er war mit einer Theorie, die er in die Hände hatte, und er hat diese Theorie zu der Natur. Das war ein Fehler. Albert Heim war als Person, heute würde man sagen, ein sturer Heim. Er war ziemlich tätig. Er wollte sich einfach nicht, er hatte natürlich sehr viel Wissen, und er wollte sich da nicht reinreden lassen von den anderen. Er hatte eine Theorie, die basiert auf den Observations. Das ist nicht so einfach. Er hatte diese Entdeckung von Roche-Fluid, aber er hat die Fluidität sous-estimiert. Es war erst in den 80er Jahren, genauer gesagt 1883, Hans Schart, das war der Nachfolger von Albert Heim an der ETH als Professor, und Maurice Mechthal, das war ein französischer Geologe, der war nie in den Alpen. Der hat nur die Profile gesehen, die Heim gezeichnet hat, und hat gesagt, das muss doch einfach eine einfache Überschiebung sein, wo grosse, alte Gesteinskomplexe auf jüngere überschoben wurden. Das war der Marcel Bechthal. Es gab aber auch den Hans Schart, der hat in den Präalp hier in der Westschweiz gearbeitet, und der hat eigentlich schon darüber gesprochen, dass diese Gesteine in den Präalp, dass die über grosse Distanz nach Norden überschoben wurden auf das, was heute darunter liegt. Das war genial, das war wirklich. Er hat vorausgesehen, was wir heute eigentlich anerkennen, was wir als Deckentheorie betrachten. Wie war Heinrich Kerloch in 1822? Heinrich Kerloch in 1822, in Hessen, in Allemagne. Er wurde Bergbau ingegener. Er wurde in der Saxonien, in der Tradition allemande des Minieres. Er war der Landkriebe-Hallebärm, das heißt, Er wurde in 1905-Kloman, Er wurde in 1925-Kloman, das ist es, über die Alpen-Kloman, auf den Halpen-Kloman zu sein. Er wurde in 1975-Kloman, Er wurde in 1965-Kloman, des Alpes du Valais et de l'Oausta. Er hat vier Folle geologische Folle gemacht. Er hat einen Profil. Er hat gezeigt, dass die Plie, die Antigurio ist, ist eine Plie, mit einem Schraubschluss. Er hat herausgefunden, dass das gleiche Schraubschluss, auf der Mitte des montagnes, der Schraubschluss, mit der Mitte des montagnes. Er hat eine Gäuble, der erste eine Schraubschluss verratete eine Gäuble in einem Profil geologischen Teil. Schraubschluss war ein Schraubschluss, und von der Schablet. Er hat die Kiefer-Kiefer-Kiefer-Kiefer-Kiefer-Kiefer-Kiefer-Kiefer-Kiefer-Kiefer-Kiefer-Kiefer-Kiefer. Aber wenn jemand hätte ich die Gedlert verraten, hätte ich, Man hätte sich auf diesen schönen Profilen und gesagt, wir haben die Nappen. Mein Gefühl, das ich ein bisschen über die Geschichte der Geologie weiß, ist, dass in dieser Zeit, das waren die Solitärer. Und sie haben auch große Probleme mit der Prüfung. Es gab viele Sorgen und Gespräche in den Publikationen. Und es ist relativ, in ein paar Publikationen. Unter anderem, Geulier hat gesagt, dass die Arbeit mit Marcel Bertrand und ich selbst gemacht haben, es war ein Blatt. Wir hatten auch die Präsentation des Injures, des Kolibets, etc. Es war sehr viollant. Die Leute taten sich schwer mit der Deckentheorie, weil sie konnten sich nicht vorstellen, dass da so riesige Massen von Gesteinen, die mehrere Kilometer dick sind, da übereinander geschoben wurden. Das war einfach schwierig vorstellbar. Die meisten Leute, das wird etwas von mir gewonnen, aber es hat sich ein Problem, aber es war ein Problem, also ein Problem. Es war wirklich die Leute, die die Gäueler der Zeit gewonnen haben, die die Damen und Herren von der Zeit vertreten, wie Sie, wie Sie, es war einfach so. Es ist das, dass wir uns jetzt immer noch mehr verliehen. Wenn man sich die Geschichte auf eine große Distanz sieht, man sieht, dass es wirklich ein Spiel, wie wir sagen, d'idées diversas, die sich entwickelt. Auf dem Moment, man denkt man, es ist eine komplette contradiction zwischen Person A und Person B. Aber alle, A und B, die beiden contribuent. Das ist das, was mich am meisten gefällt, die größte Diversität von Karakner, die alle contribuent für das Ziel zu verstehen. Man muss sich irgendwo in der Mitte finden. Arknand war eine unglaubliche Geschichte. Er hatte auch alles, was er publiziert. Und dann hatte er die Geometrie des Geometriens. Er hatte auch eine ganze Zeit, in den Jahren 20, er hatte sich gedacht, dass es vielleicht eine Zeit, wo es gibt, wo es eine Art, die Stange des Stations-Tangentiers hat. Bis zum aktuellen, weil wir nur die Kontrakte, Man kann nicht denken, dass es die Erdbeeren parallel zu der Erde ist. Und er hat sich angefangen, dass es sich passiert. Emil Argan wird sich interessiert in den selbenen Pénik, den Süden des Alpes, die Alpes-Balaisanne sind extrem complexe. und er wird viel Platz geben. All diese Etes werden wir auf dem Platz gehen. Der Poste liberiert Neuchâtel und er wird dann die Möglichkeit d'avoir ein Ausseignement dort, in Neuchâtel. Und mit den Apporten von Wegener und anderen, er zeigt, dass es eine mobilität, wie man nicht von der Erde glaubt, Diese Vision des Genies, die er enttäuscht wird, 50 Jahre später, durch die Tektonik des Plaques. Die Geologen im 19. Jahrhundert machten sehr viel Geländearbeit und sie mussten zu Fuss gehen. Es gab ja keine Luftseilbahnen und so weiter. Ich frage mich oft, wie sie überhaupt von Zürich oder von Lausanne aus in die Alpen gegangen sind. Haben sie die Postkutsche genommen oder sind sie alles gelaufen? Aber sie sind dann geblieben und wochenlang haben sie diese Reisen gemacht, zum Teil durch die gesamten Alpen. » » Die Observen, die in den Trennen, die in den Trennen noch besser sind, ist es nicht mehr da. Wir haben keine Finanzierung. 80 % der Geologische Arbeit machen sich in laboratorien, entweder im Mikroscope, entweder für chemische Analyse, isotopische Analyse, die Analyse des Elementen constitutiven der Roche. Wenn wir heute schauen, was in den Universitäten los ist, sind viele Leute daran, eigentlich zu modellieren. Und es ist vielleicht eine gewisse Gefahr jetzt, dass die Leute mehr am Computer sitzen und theoretische und praktische Modelle generieren und nicht in der Natur nachschauen, was eigentlich zu modellieren wäre. Ich verstehe, das ist positiv. Warum nicht? Wir wollen die Deskriptive Zeit überwinden, aber das Problem ist das folgende. Es muss jemanden wissen, wo wir gehen müssen. Diese Geländearbeit, diese praktische Anwendung, ist von eminenter Bedeutung und die darf nicht verschwinden. Die sollte behalten oder sogar vielleicht im Moment jetzt etwas verbreitet werden. Es muss man sich verbessern. Amen.